Wir erzählen euch heute, wie Augmented Reality funktioniert. Unter Augmented Reality versteht man die computergestützte Erweiterung der Realitätswahrnehmung, unter anderem die Ergänzung von Bildern und Videos mit computergenerierten Zusatzinformationen oder virtuellen Objekten mittels Einblendung bzw. Überlagerung. Bevor es losgehen kann, müssen wir uns die Younaio App runterladen aus dem Google Play Store. Wenn die dann installiert ist, machen wir die auf. Und können unseren QR-Code einscannen. Dann können wir hier unser Projekt sehen, hier in dem Fall das Haus. Das können wir von allen Seiten betrachten. Wenn man das umdreht, kann man das Haus dann auch von hinten angucken. Man kann mit Augmented Reality verschiedene Projekte realisieren. Hier eine Brücke, da kann man dann ganz nah ran zoomen und die auch von unten anschauen. Dann hier eine Stadt, die kann man in alle Richtungen drehen und aus der Vogelperspektive anschauen. Und natürlich dann auch noch ganz nah ran zoomen. Und wenn ihr mehr erfahren wollt über Augmented Reality, kommt vorbei am 13.11. zu unserem nächsten Event. Ich gebe das Video nicht mehr auf der italyse ist. horror ist die Rxt 데 enjoys das Jahrhundern. vor zum nächsten Mal, drehen Sie wunderschönen. Dann geht weiter.